hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von uncharted 4 mit dem alten mann von den schlaftabletten und ich habe ja versprochen ich melde mich wieder wenn wir vor dem tütt von dem tür stehen vor dem tore stehen wollte ich gerade sagen was machst du denn sam hält sich die finger warm ja wir stehen hier schon ein ganzes kleines fallchen aber ich habe nichts mehr gefunden da liegt nur ein wenig munition davon haben wir mehr als genug wir machen mal das tor auf warte und los geht's wir schaffen es wir schaffen es kommt kommt jetzt nicht und zu hast du das die ganze zeit festgehalten das war nicht notwendig ja das war cool und jetzt ne suche ich einen schatz aber ich finde keinen ich weiß auch gar nicht wo die die dinge immer verstecken ich habe viele nicht gesehen viele 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 aber ich hätte ja ab und nutzt ja auch keine lösung um zu sehen wo was ist hier können wir problemlos hoch und runter rutschen ah hier geht's hoch wartet mal hochklettern geht hochlaufen so hier ist auch nichts wie kommt man denn dahin warum soll ich jetzt hier runter rutschen einen haken kann ich hier nirgendwo anbringen ich habe nur mal probiert aber da hoch springen kann ich ja auch nicht und hier kann ich ganz problemlos hoch dann kann ich hier auch hoch juckt der kopf wow was denn das ach ja wir wollen ja in diese hülle und am hochkreuz da will avery und sie tja was avery will bekommt er auch death trap der mond stand angeblich in der waage das kennen wir schon todesfalle oben mitte todesfalle kabel und todesfalle unten ja ich habe hier ein kopfhörer mit kabel das ist natürlich für mich absolut irritierend weil ich immer kopfhörer ohne kabel benutze wenn das denn hier so rum bammelt sally hey sally wir sind auf dem weg aber der schatz ist näher an der kathedrale als gedacht oh man und was soll ich machen bleib startbereit wir sind bald zurück mach ich meld dich wieder mach ich sally neulich ist mir ja nicht sein name eingefallen dafür ist er mir jetzt sofort eingefallen so verschieden ist das manchmal da ist so ein haken was ist dieser da patrouille voraus oh ach da guck mal da oben was los gerade du solltest die auszeit genießen niemand von uns will noch ein port moosby verantworten wie wär's mit klappe halten wer nicht dabei war für die quote ist heutzutage alles gleich ein massaker wir brauchen diese art press oh kopfhörer die wahlen die uns die arbeit wegnehmen weißt du was vergiss es was fängst du damit an ich sagte vergiss es wie du willst kommt der hier runter der kommt hier runter komm weiter runter komm her freund wo ist der andere ich will lieber nochmal schauen ob ich den sehe den haben wir der hüpft da rum oh ah hier kann man gar nicht hoch ich dachte wegen der kerben aber nee nee ist schon korrekt hier kann man unter durch was ist das hier warum ist ah hier geht's weiter was haben wir denn hier das hier eine steinschlossbüchse ich kann ja mal gucken sehr piratig zwei schuss hat die war nicht so vorteilhaft wir haben ein messerchen wir haben ein messerchen ein klappmesser oh ich hab nichts verpasst interessant aber dazwischen unendlich drehen dann drehen wir ihn mal das ding ein klappmesser ich würde ich würde ich würde ich würde aber hier habe ich dann doch mehr schuss drin ganz einfach und man kann nur eine mitnehmen ist ja lustig da ist hier so ein kleiner gang interessant macht das licht aus gut so sollst du machen nid was denn wieso okay das hätten wir geklärt kann man wohl nicht entkommen ja und näher an der kathedrale werden es noch mehr ich will da hoch ja ah schwing dich mal hoch ach Mist ich bin zu weit oben ja warte kurz ich warte mal sehen was das bei dem Holzding da ist hey ich hab was na also man ist das ding schwer was genau wird das denn ein Weg wir schauen aber erst mal hier in dieser Höhle hier ist noch einer jetzt habe ich aber nicht geschossen das ist ja total empfindlich ich bin zwar auf dem Trigger drauf aber nicht zum schießen jetzt habe ich wieder Munition vergeigt was haben wir hier ein Kästchen mit einem singenden Vogel hier liegt der singende Vogel nee das ist bloß Schnee so das war es denn hier auch schon also war das schon richtig was wir da gemacht haben hochklettern hin oben ich mag die Dialoge ich finde die wunderschönen ja da könnten wir lang den Weg zu finden ist manchmal nicht so einfach da könnte man lang klettern da müsste man sich wieder abseilen geht das noch ein bisschen ein bisschen ein bisschen schwingen und hüpf so das geht gut ja so vermisst man immer irgendwas ob das geht ja oh oh da soll ich hin oh ich habe das gerade noch so gesehen gut komm wir schwingen was ist denn da runter gekommen was war das denn hier da lang ich hätte auch noch anders lang gehen können sehe ich gerade wartet mal ich gehe mal höher jetzt ach du kacke das musste so ich dachte schon das wäre es jetzt das klippenteil ach der ist da oben schon ach 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 was habe ich gesagt ja 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 okay warte mal sehen ob da noch ein oh shit ah jetzt da hinten hin da hinten hin ah ja oh ich wipp hier mit so weiter jetzt geht es hier hoch okay okay ist ja nicht so schlimm hoch und schon sind wir oben wenn du mich nicht hättest okay ich bin zu hause mit einem heißen Kakao wie alt bist du fünf ach komm du willst doch auch einen heißen Kakao naja schon ganz genau wir schauen nochmal beim Kreuz nee hier liegt nix ist doch klar wo nah ich schaue na hier sieh mal wieso hat er jetzt sieh mal gesagt ist hier irgendwas habe ich was übersehen geh mal weg Sam lass mich mal kurz gucken oh sorry ich habe mir heute neues Futter bei Ebay geholt wenn man nicht die neuesten Spiele gleich haben möchte dann sind die recht günstig na los und ich habe ja noch ordentlich nachzuholen was das was die Playstation 4 betrifft so wo sollen wir denn jetzt hin ich kann nur nach unten gleich mal die Jungs markieren ich weiß ach den haben wir schon guck mal her da ist ist das ein Fass geil ich mag Fässer ah warum kann ich die nicht erst mal die Gegner wieder markieren und dann mal die da ist auch ein Fass die Wege anschauen das ging nicht anders ich sagte doch ich mag Fässer ich habe ihn ich habe ihn auch jetzt fällt er weg ne oh das war knapp ich suche mal das Tastenfeld auf der falschen Seite oh hinter uns oh ne das geht gar nicht bestimmt nicht wir gucken mal nach Waffen und nach Munition bestimmt nicht und dann renne ich prompt ran vorbei nein 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 hier nicht ja hier doch ein ganz klein wenig den anderen controller gewöhnt barock K47 ja schmur so wo geht es denn jetzt lang keine Ahnung ah das kommt ich habe den Finger immer ganz leicht drauf dass das so empfindlich ist ich werde mich da nie dran gewöhnen nie ist da unten eine Höhle ach ne Späzotti ich würde die ja gerne nehmen aber so viel Not ist dann doch nicht das war alles wo müssen wir denn jetzt lang verwirrend was ist denn das da unten das ist ein Schiffswrack das ist ja mal interessant aber ich hätte jetzt eigentlich erwartet dass es hier irgendwo weiter alt das musste sein die brauchten wir weil ich ja wieder sinnlos was verballert habe von so wo sind wir gekommen von da drüben glaube ich ne von da hier ist nur ein Abhang da geht es weiter würde ich sagen hier warte ich helfe euch mal siehst du kein Problem ja endlich mal wir gehen hier mal ich komme hier nicht raus raus und schauen mal was da ist nix ne aha interessant ich denke mal nächste Folge wie geht wieder denn die Kleiderei los denn diese ist jetzt vorbei ich danke fürs Zuschauen und oder die Rutscherei denn da genau da geht es lang denn dankeschön und bis zum nächsten Mal tschüss